Was ist das? Hast du das erste Mal in Vienna? Nein, das ist nicht das erste Mal in Vienna. Ich war hier seit Jahren. Ich habe ein Tournament im Concours Casino ein lange Zeit. Und dann kam das für Casinos Austria. Ich habe hier ein paar Mal. Okay, gut. Der WPT ist großartig. Ich glaube, es ist ein größtes Tournament in Europa. Es ist 555 Spieler von diesem Tournament. Es ist großartig. Es ist großartig, dass wir hier in Europa bekommen. Und die Spieler von Europa kommen. Es ist eine Chance für WPT-Event. Es ist sehr spannend, sehr gut. Und ich freue mich auf die Finale hier. Okay, danke, Herr. Und haben Spaß mit der Zeitbrief. Okay.